Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Hexet. Diese Folge wird vielleicht jetzt nicht ganz so lange mal gucken. Ich werde es noch ganz kurz ausbessern und dann werde ich etwas machen und zwar nochmal alles zeigen, was wir hier gebaut, geschafft und ja, gebaut und geschafft haben. Das sah noch nicht so richtig ausgerichtet, erschönert, sonst was, verschönert. Aber wir haben erstmal ein bisschen was und zwar wir haben uns hier rausgegraben, als wir auf dem Weg waren nach hier, bzw. haben wir hier angefangen zu bauen, indem wir hier einen relativ großen Raum ausgehoben haben, der hier nach draußen führte. Diesen Raum, den haben wir eigentlich relativ spät erst fertig gemacht, ich glaube vor drei, vier von Folgen. Hier war noch alles offen und vorher haben wir schon hier die Treppe nach hier oben gemacht. Das auf der rechten Seite, das gab es dann noch nicht. dann haben wir hier Grundgerüst gebaut und angefangen mit Holz auszuhöhlen und haben schon bemerkt, dass es hier an der Seite links eine Höhle sozusagen hoch ging, wo man später hätte bauen können. Haben wir auch noch gemacht. Dann haben wir hier was Schönes eingebaut, hier in die Wände ein paar designerische Tests von mir, die ich so improvisiert habe, einfach mal reingesetzt. Hier das dient als Lampen, als Glowstone-Ersatz, da ich ja... Habe ich hier überhaupt schon ein Höllenportal? War ich überhaupt schon mal in der Hölle? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal in der Hölle war. Ich sollte aber ein Höllenportal haben. Ich meine, ich habe irgendwo ein bestimmtes Höllenportal. Ich war aber noch nie so richtig gemein, da ich die Level nicht brauchte. Ich bekomme die anders. Auf jeden Fall haben wir dann hier draußen kleinen Balkon gebaut und... Ja, jetzt sieht man schön den Shader. Nicht so extrem ist der Shader, ist schon schöner, schöner, sag ich, der Shader. Auf jeden Fall... Hier war ich die Höhle, dann haben wir hier oben auch noch was ausgehoben und den Boden, hier also die Decke von unten hier direkt als Boden verwendet. Hier die Wand ist absichtlich noch aus Stein als Mini-Basis gesehen. Da könnte man später auch irgendwas Cooleres hinstellen, als es im Moment ist. Dann waren wir einiges kämpfen und haben... Hier oben dann gedacht, wir können dahinter irgendwas bauen, dass man da hinkommen kann, dass man hier was Vernünftiges machen kann und... Das Ganze haben wir dann hier gemacht. Das, was ihr jetzt hier seht, das haben wir ein bisschen später erst gemacht. Das war nämlich... Ist erst in der letzten Folge fertig geworden, also könnt ihr euch die mal angucken. Ähm... Und, ähm... Ja, hier haben wir halt das gemacht, dass man hier halt reinkommt und sich das Ganze hier angucken kann. Von hier aus... Wozu es genau gut ist, habe ich mir selber noch nicht überlegt. Hier hat man dann einfach einen Raum, hier kann ich auch noch was reinsetzen und hier geht es dann über eine schöne breite Treppe. Nicht so ganz so breit wie da hinten, aber über eine ein bisschen breitere Treppe wieder hoch. Und hier ist unser normaler Eingang, der mit KW nach draußen führt und hier geht der Weg weiter. Ist aber verschneit. Ähm... Eigentlich habe ich da nichts gemacht. Ich habe einfach so getan, dass wäre der verschneit. Ähm... Hier draußen... Fakten kommen natürlich noch hin und eine Tür. Aber ich meine, wir haben genug Türen irgendwo in der Kiste, die ich glaube ich auszusehen mal gemacht habe. Ich meine zumindest so war das. Mal gucken. Ich suche eine Türenkiste. Türen, 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 Türen. Da habe ich glaube ich gerade ein Diamantschwert, aber keine Türen. Tatsache. Ich dachte, ich hätte ein paar zu viele Türen gehabt. Hm... Hm... Knockback und uns Schaden ist. Aber ich habe hier ein schöneres Schwert. Kann ich halt nichts mit anfangen. Ich habe noch eine Axt. Krass, 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 krass. Wusste ich gar nicht. Ah, ich wusste teilweise gar nicht, was ich alles habe. Habe ich eigentlich mittlerweile Schuhe? Äh... Ach, Schuhe, Tatsache. Okay, dann mache ich eben schnell zwei Türen, ne? So, eins, zwei... Zack, 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 zack. Und eben mein Inventar. ich mache garantiert also ich mache absichtlich keine eisentüren da ist ganz schön hier mit holz aussieht passt einfach besser rein so uns dann haben wir noch mal ich zeigt ja genau habe ich vergessen zu erzählen dann haben wir bevor wir das innen drin gebaut haben außen diese mühle gebaut und wir sagen da gehe ich jetzt auch noch mal kurz hoch bevor ich dann noch ein letztes mal dieser letztes mal bevor ich dann einfach noch mal unsere gebäude reingehe einfach zu zeigen wie episch und groß alles ist was wir gebaut haben leute wir haben einiges dort gebaut das ist richtig richtig krass vor allem in relativ weniger zeit nur also ich glaube wir haben gar nicht so viele folgen dafür gebraucht und in dem moment in den folgen wo wir was positiv produktives gemacht haben kann doch richtig schnell vorhanden zum beispiel letzten folge mit diesen fetten raum unten gemacht das will doch ein bisschen in gestaltung aber ja ich weiß nicht so das kann ich das ganze hoch klettert hier drin ist eh alles nur 08 15 ausgelegt als mit holz und fackeln damit er kein zombies born aber wir können einfach mal drauf gehen und das ganz von oberen gucken da unten unser mini eingangs unserem fetten haus in der höhle der auf die andere seite das berg ist sogar schon führt und hier unsere müde aber sieht nicht besonders viel hier raus also wieder nach unten da können wir uns ein bisschen was überspringen so und dann ja wenn uns die sonne noch beim letzten untergang und ich habe kein wasser dabei 28 diamanten locker dabei aber kein wassereimer früher war es immer andersrum ich hatte nie diamanten dabei und immer ein wassereimer aber naja so dann gehen wir jetzt mal unser lager rein oder unser gebäude und jetzt zeige ich einfach noch mal ein riesiger raum und hier war früher alles stein komplett stein alles ausgehoben ein weiterer riesiger raum alle stein alles ausgehoben und naja hier hinten war jetzt nicht so viel stein war ja wir mussten ein bisschen was zur seite schlagen hier war eh schon eine kleine höhle aber nicht so viel weg wie wir es im moment haben also das alles was wir hier jetzt sehen bis nach hinten so viel war jetzt da nicht ausgehöhlt in aus der höhle geleglichen gang und wir mussten ja alles formen also wieder da oben im größeren bereich alles ausgehöhlt hier unten auch ein riesen bereich alles ausgehöhlt und das einzige was jetzt noch fehlt ist dieses lager wo ich hier eigentlich hauptsächlich stein geplant ist rein zu tun wirklich noch auszubauen wobei ich im moment nicht so denke dass es noch sehr viel größer wird und eben deshalb beende ich jetzt dieses lager um das ganze ein bisschen faul mehr hier zu machen ich setze hier einfach wirklich das ende dieser blöcke und am ende noch mal eine fackel dann ist es hier hell genug und das reicht mir erstmal für heißt es für als kistenlager so 1 2 3 4 5 6 7 8 lücken haben wir diese lücken müssen natürlich füllen mit buch mache ich hier mit hier mit 1 2 3 4 5 6 7 8 und zack hä was war das denn stone road geil was kann ich denn damit machen weiß ich gar nicht was es geht vielleicht stabilere werkzeuge keine ahnung so dann haben wir hier auch öfen dann hänge ich hier glaube ich nicht mehr so in den ecken na doch naja zumindest bagge ich ihn irgendwo mehr richtig so öfen haben wir jetzt da drinnen und schöne theoretisch könnte ich das jetzt hier hinter auch wieder machen und dann sozusagen für alles eine kisten anlegen also links jetzt für stein hier rein für holz aber so viel holz habe ich nicht das kommt später und ich glaube bis dahin habe ich eh schon wieder ein neues gebäude ein neues projekt oder sonst was theoretisch könnte ich hier drin wirklich noch alles bauen aber ich weiß nicht ob ich nicht doch sozusagen jetzt neue staffel anfangen sollte weil ich habe jetzt so viel gebaut und ja doch hinter mir auf das länder enderman ha zack das ist dein ernst ich bin jetzt nicht einfach weg alter ist das teil ungenau gut der hat gerade drei geschossen krass aber die ist tierisch ungenau man kann mit der echt nicht zielen ich habe hier noch einen ironbow ich guck mal ob der besser ist aber ich glaube ich habe ihn genommen weil er eben so viel zielen konnte also so viel gleichzeitig schießen konnte meinen aktuellen aber ist zu einerseits cool andererseits wirklich sehr unpräzise und das ist dann wieder mies ein ironbow power 1 ja ein ganz normaler bogen ein bisschen stärker ist und mehr aushält ja ich benutze den es erstmal und ich habe gar keine feuerfeiler und sowas mehr bei die hatte ich früher eigentlich immer mit dabei ja zwei schläge und der creeper ist tot und ich komme gerade auf die die holz zu haken aber ne ich weiß ich habe eigentlich noch genug aber eigentlich müsste ich hier noch mehr bauen eigentlich müsste ich hier noch richtig weiter noch mehr übertreiben von dem zeug das ich hier gerade baue und deshalb komme ich jetzt gerade auf diese fixe idee ein bisschen höher einfach am zweiten eingang mal zu machen so nach hier einfach mal oh guck mal nehmen wir uns sogar direkt noch was eisen mit und dann machen wir hier einfach mal unsere nächsten eingehen aber das ganze jetzt zu sagen unsere special folge war ich habe special extra falsch ausgesprochen so special also einige leute wundern sich ja immer dass ich also dass ich sachen erscheinend wohl falsch ausspreche ich mache auch einiges absichtlich mit dem falsch aussprechen ja das tue ich so und dass wir einfach hier vielleicht mal ein zweites gebäude machen das nicht alles vielleicht direkt miteinander verbunden ist und wir hier einen zweiten eingang hinsetzen wäre glaube ich auch ganz cool dann würde ich hier noch den weg ein bisschen größer machen dass das ja die sozusagen die terrasse von dem da drunter ist und am ende beide so ein übertrieben fettes haus haben also dass wir dann unterschiedliche leute auch wohnen wenn wir uns das ganze vorstellen natürlich werde wahrscheinlich ich nur am ende überall wohnen aber wir wollen ja auch was richtig großes hier bauen und ja davon müssen wir halt ausgehen dass es mehr leute gibt die irgendwo noch wohnen aber wie gesagt das mache ich nicht jetzt sondern irgendwann in den nächsten folgen und dann vielen dank fürs bis vielen dank für das zuschauen bis zum nächsten mal in den nächsten mal und tschüss Untertitelung des ZDF, 2020